Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Ihr habt's gecredited, oder? Keine Frage, nimm es einfach. Das war noch nicht alles. Man hat neulich den verschwundenen Schüler gefunden, ich wollte ihn befragen, aber seine Antwort gab ihm keinen Sinn. Er meinte, ah ok, das hatten wir ja schon mal. Alles, was ich jetzt mal machen wollte, ist tatsächlich zum alten Paar gehen. Genau, die sind da... Die sind immer da, nur am Montagsten nicht. Da ist auch mal High Asp. Ja, wir terminieren, ok. Ok, sehr gut, beim nächsten Mal haben wir sie also fertig. Ist schon mal sehr gut zu hören. Ist Mutatsu da? Mutatsu ist da um... ja. Gut, da wurde ja schon mal gesagt, dass der steigt. Endlich kriegen wir mal auf Level 5. Mein Gott, der ist aber auch echt hart. Nur schon wieder. Ja. Du bist bald. Ich dachte, ich habe nur noch mal zu gehen. Du bist hier auch viel zu sein, nehm? Du bist gut, Junge? Du bist gut? Du bist gut, Junge? Du bist gut? Du bist gut, Junge? Du bist gut, Junge? Du bist gut? Du bist gut, Junge? Du bist gut? Du bist gut, Junge? Du bist gut für die Trinkst? Die Kinder in der Schule nicht haben viel Geld, oder? Du bist gut? Du bist gut, Junge? 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 Ich warte. Ist es etwas, was du willst? Und ich meine, etwas, was du mit Geld kaufen kannst, nicht etwas, was du lieb oder ein Gefühl, Humor? Das war eine dumme Frage, die ich hätte erwartet. Ich bin ja so aus, wenn du einen Moment für mich bist. Der Materialistische Wille kann mit den Aspirationen führen. Und immer noch. Wenn du mein Witzig bist, du denken sie so, du bist ja so wichtig. Du bist für Geld, damit du ein besseres Leben kannst. Aber wenn du genug Geld hast, du musst alles zusammenarbeiten. Also du bist nicht zu erleben, der du bessere Leben kannst du so gut machen, du bist. Es ist ein Paradox, das ist es. Sie wissen, was der höchstwerteil von einem arbeitenden Arbeiter ist? Insbesondere ein Vertrauen und eine Anwendung. Das ist 250 Millionen Yen. Das ist nicht so weit zu einem Lotterie-Jackpot. Danke für mich, dass du heute etwas anderes gelernt hast. Okay, eh, kid? Now, don't waste your life working all the time trying to get rich. Just take life as it comes. I worked my ass off for a lousy 250 million yen. And for what? I wish I could buy back all the time I lost. Hi, how are you doing? I remembered a little more. The end won't be brought about by any one person in particular. It's going to happen because there are many who wish for it. Almost as if it was decided from the beginning. But isn't it strange that there are those who would wish to bring about the end? You really think so? What about the ones who just want their suffering to end? So they can be at peace. Well, enough of that for now. There was one more thing I wanted to tell you today. Soon, the flowers of poison will bloom. Three in the rival garden. And one in your own. I don't know if this has anything to do with the end. But you should be careful. I'm happy to hear you say that. I'll let you know if I find out anything else. That's what friends are for, right? Well then. Good night. Übrigens, er hätte das Spiel nicht, wenn wir ihn auf Rang 10 haben. Jetzt schon. Ich habe dich informiert. Dann wünsche ich dir eine safe Reise. Das ist mir. Ich bin sorry, dass du dich beschädigst, aber du hast einen Moment? Guten Morgen. Es gibt eigentlich etwas, was ich allen sagen muss. Aber ich denke, es wäre besser, wenn du es für dich selbst sahen. Also ich möchte, dass wir uns alle in der Kommandtruppe heute Abend treffen. Ich sehe dich dann. Okay. Oh mein Gott, Hilfe, was ist denn hier los? Ja, wir machen jetzt die. Du hast uns sehr geholfen. Da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Also komm mit in den Laden, sobald du kannst. Wir warten auf dich. Dann beenden wir deren Social Links. Deren Social Link. Bitte, warte einfach ein bisschen länger. Selbst wenn der Baum weg ist, du wirst noch immer, in uns leben. Oh, du bist hier. Du könntest mich aufgewogen haben. Warum nicht? Du möchtest dich nur meinen schönen Gesicht, schlafen wie ein Baby? Upsi-daisy. Wir haben vorhin geöffnet den Buch, auf eine schwierige Sache. Ich denke, die Relief hat mich aufgewogen. Es ist der Mitte des Tages, aber ich fühle mich sehr schlafen. Ich bin tief in dich, und so viele andere haben uns versucht, aber... die Wahrheit ist, wir senden eine Texte an Gecko-Kon. Wir haben sie gesagt, wir haben sie zu gehen, und schlafen die Versimmonen. Das ist nur die Reaktion, was ich erwartet. Es war mehr als wert, wenn Sie so überraschieren. Sorry, dass ich das nicht in der Falle bin. Als wir uns zum Treffen zum Treffen haben, habe ich einen Fakulti-Fakulti kennengelernt. Er hat mir gesagt, dass die Registration eine neue Schule zu bauen, wo der Treffen gerade ist. Es wäre seltsam für ein altes Mann wie ich, um diese jungen Leute von neuen Erfahrungen zu vermitteln. Helpen Jodern erreichen ihren Potenzial ist mehr wichtig als auf die alten Erinnerungen zu vermitteln. Ich denke, unser Junge würde sagen. Er war ein Lehrer, nachher. Ja, wir hatten eine lange Rede über ihn, und das war die conclusie, wir kamen. Du hast wirklich ein Beispiel für junge Leute, die so sehr interessiertes für die Leute wie uns. Wir beten mit unserem Son in Heaven dass mehr Kind-Souls wie Du werden aus Dekokon gewinnen. Hier, wir würden Sie das haben. Es ist die erste Frutte produziert von der Persimmon-Tree. Ein bisschen frisch auf den Ecken. Juste wie unser Son. Meine Liebe war derjenige, dass wir es dir geben. Es muss etwas sehr Wichtiges für die beiden sein. Ihre tiefe Dankbarkeit erreichte mein Herz. Vielen Dank. Form des Hierophants in deinem Selbstmord. Nun, wir müssen uns aufzuhören und mit unseren Leben gehen. Wir sind zu alt, um einen einzigen Tag zu spüren. Ha, ha, ha. Wenn wir die Bucke, während unsere Tage zu spüren, ich bin sicher, dass er uns aus dem Himmel schreit. Es ist schwer für die Eltern, so einen so gut respektiven Sohn zu haben. Oh mein! Sollte es, wie ich zu spüren? Nein. Ja, muss bis zum Sonnenuntergang unterhalten. Ich verabschiede mich von dem alten Paar und ging zum Wohnheim zurück. Damit hätten wir unseren ersten Social Link fertig. Ich weiß nicht, das hat tatsächlich ein bisschen lang gedauert, aber hey. Haben wir eine neue Mission bekommen? Ich weiß nicht, aber die Alarm ist nicht aufzuhören. Hä? Koro-chan! Webster, was auch schon da ist. Wunder. Also, was ihr für den Ball gesehen? Da ist dein Zeug, oder? Das Zeug ist,'sang es, um zu schützen, zu kontrollieren. Das Zeug ist, um vale Gott. Basisch ist, ist ein Evoker für Dwarf. Wir sehen uns hier in der Dorm. Kuro-chan, ist das, was du willst? Er sagt, ich bin der Worte zurückgegeben. Man, du bist ein glückliches Fisch. Hey, das ist gut für mich. Ich, für einen, willkommen mit den Augen. Der mehr, der merrierst du, was du? All right, ich nehme ihn für einen Weg. Und es ist der perfekte Zeit, weil es Summer Break ist. Ja, es ist. Du bist frei, um zu genießen, aber nicht vergessen, um deine Schule zu erzählen. Summer classes beginnen nächste Woche, also nicht verlieren Fokus, weil wir viel Zeit haben. Summer... Wait, was hast du gesagt? Summer classes? Du hast nicht gehört, über sie? Wir werden uns zu vermitteln. Kursen. Ich habe bereits für alle von uns gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig es ist, dass es beide die Schule und unsere Kursen zu vermitteln ist. Ich bin sicher, dass du viel Zeit für studieren hast, also ich entschuldige für das. Der Herrmann hat gesagt, es war eine gute Idee, auch. Ich könnte es sagen, dass ich gesagt habe, Takeda und Yamagishi. Sie sind ernsthaft? Erst habe ich das gehört. Oh, um, sorry. Ich habe komplett vergessen zu sagen. Ich bin sicher, dass du das nicht vermitteln hast. Hey, du bist derjenige Kursen mit den Schmerzen hierher. Warum bist du so surprised? Komm schon, ich will es hören. Es tut. Ja, ein Hund als Partner ist auf jeden Fall sehr interessant. Wollen wir uns wieder eine DVD angucken, es geht um einen Schwergewichtschampion, den viele für den größten Box aller Zeiten halten. Ich habe mir die Fernsehaufnahme auf DVD gebrannt und würde sie mir gerne mal wieder ansehen. Gut, legen wir los. Gut, heute sehen wir einige der größten Matches die Chancen haben. Und hier sind wir mit dem ersten Match des Qualifiers. In der Red Corner haben wir Akihiko Sanada-kun von Kiko-Kan High School. Das ist mir. Das ist ein Bild von meinem ersten Match. Mein Trainer von damals hat es für mich gespielt. Sorry, sieht aus wie ich auf den falschen Video habe. Ich werde es auswählen. Hey, come on, es ist nicht so interessant. Aber ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Wir schauen uns das. Ich fühle mich so stark und nervös. Meine Form ist überall auf dem Platz. Wie habe ich das überhaupt gewonnen? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Hier ist woher ich mein Leben in. Und der winner ist Sanada-kun von der Red Corner. Ich habe es versucht, mich zu sehen. Aber auf der Mitte kann ich mich nicht verankern. Ich weiß, dass ich vorher nur wollte, dass ich mich für meine barem Hände gewinnen kann. Aber das ist eigentlich das, was ich mit Boxen bin. Diese Victory hat mir confidence. Ich war nicht so stark in einem meiner späteren Matches. Du bist der Typ, der nervös ist in front von ein paar Leuten wie das? Na, das ist eine Überraschung. Du hast nicht so, dass du die kleinen Dinge dich verletzt hast. Aber ich glaube, du bist gut an nicht zu lassen, was du? Ich habe viel gelernt von Boxing. Aber es gibt eine Strict-Rule, ich folge, wenn es zu gewinnen. Find your opportunity, then strike without hesitation. Es ist einfach zu erinnern, aber es ist schwer zu erinnern. Du kannst auch die gleichen Dinge sagen, wie die Schäden. Ich habe immer versucht, diese Worte in mir zu halten. Aber jetzt bin ich noch mehr bewusst von ihnen. Ich habe immer versucht, diese Worte in mir zu sehen. Aber es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und 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 es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Koromaru will uns ja was sagen. Ich glaube, der will das nicht. Und was werden wir noch benutzen? Um, was ich glaube. Nur so lange wie es interessant ist. Interessant? Ein bisschen eine Beobachtung. Oh, wie wenn Sonata-San benutzt seine Hände? Wer sagt mein Name? Wow, Sonata-San. Als ich zurückgekommen habe, dachte ich, dass ich die Voseln von der Ruf kommt. Also bin ich zu schauen. Ja. Watermelon-Splitten, oder? Ja. Das ist richtig. Wir sprachen nur was, was zu benutzen, um ihn zu holen. Du wirst das nicht benutzen? Meine Fist. Auf das? Ja. Oh, mein Gott, ja! Ich würde das eigentlich gerne sehen. Das ist okay, richtig, Jupe-San? Huh? Äh, sicher. Wenn das, was du willst. Okay. Ich glaube, ich hätte das besser gut gemacht, dann. Ich bin体z. Ich bin体z. Ich bin体z. Ich bin体z. Ich bin体z. Seulich, ich bin体z. Ich bin体z. Ich bin体z. Ohohohoho. Sonata-San, du bist allgemein! Das war nicht genau wie ich erwartet, aber es sah wie ein Mod-Adler. Mann, ich war ein bisschen langer da hinten, oder? Du weißt, bevor wir die Mell. Ich spreche über das ganze Bad Thing. Du hast nur versucht, sich zu beantworten. Ich wollte nicht so ausgehen, wie ich hatte zwei Gedanken, aber ich glaube, ich konnte es nicht helfen, oder? Ich war supposed zu sein dieser coolen Mentor, aber insofern, ein Kind endet mich zu schütten. Keine Ahnung mehr über mich. Ich werde nur noch besser werden. Ich meine, ich sage nicht, dass es deine Schuld. Wie soll ich das sagen? Das ist ein Problem für mich. Wahrscheinlich nicht Sinn. Ich fühle mich, meine Leben. Aber in meinen Kindergarten? Das ist einfach... ...all über das Platz. Insofern, ich glaube, wir sind heute fertig. Ja? Ich freue mich, dass du mir helfen kannst, zu prämpfen und zu schützen. Na gut, wir gehen nach unten. Ja toll. Mein Charme ist ganz voll. Ich habe mir jetzt nicht viel weitergeholfen. Ich freue mich. 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 Es ist nur fair. Ich bin derjenige, dass ich, den Koromaru zu sein. Oh, ich bin all für Koromaru zu sein. Er ist total willkommen. Ich werde sogar noch ein Training von der Master. Um, ich bin ziemlich sicher Korachan ist bereits mehr Diszipliniert als du. Kannst du sogar noch sitzen, wenn jemand sagt, dich zu bleiben? Hey! Ich compare mich mit einem Hund. Ich bin total Diszipliniert. Ich kann... ...follower... ...direktions... ...kinda. Ja, du hast wirklich uns auf das. Also, Herr Präsident! So, Herr Präsident! Uh... ...über zu den Sommerklassen? Ah, ja. Ich habe gehört, über den Plan von Kiri-Jokun. Es war so eine gute Idee, also habe ich mit dem. Nein! Warum solltest du das? Oh! Was ich... ...nose? Ich habe mich auf mein... ...passioniertes Sommer-Romanz. Sie ist vor mir. Tschüss! Tschüss! Meine schöne Stadt. Sie ist mir bei der Flasche. Die Stadt oder die Flasche? Pick eine. Selbst wenn du nicht hatten, du wahrscheinlich nur auf die Station all day bist. Du solltest einfach nur auf die Station. Du solltest nur auf deinem Geist. Oh, übrigens. Herr Präsident, waren Sie nicht bereit, zu uns etwas zu erzählen, bevor er es gekommen ist? Ah, das stimmt. Das stimmt. Insofern von meinem... ...unnecessary meddling, ich habe noch eine Request für alle von Ihnen. Jeder hat einen Moment? Ich denke, es ist eine gute Zeit für Sie alle, für Sie alle eine Routine-Health-Checke. Sie wissen, wo der Tatsumi Memorial Hospital ist, nicht? Oh! Das war Sonata-Sanpai. Das war Sonata-Sanpai. Mit wie viel Sie alle kämpfen haben, inzwischen, es wäre besser, zu bleiben auf Ihren physischen Geist. Es wäre nicht gut, wenn Ihre Personas oder auf Ihren physischen Geist. Ich denke, es sollte nicht zu viel ein Detour sein, um zu stoppen nach dem Hospital, nach Ihren Lehrern. Ich verstehe. Aber das ist ziemlich sudden. Nicht zu viel über das Thema. Wie sie sagen, ein Stück in Time saves 9. Oder Ihre Seite. Wir werden die Check-Use individuellen, ein Tag an einem Tag. Sie können sich selbst entscheiden, wer geht wann. Sie können sich selbst Don't forget zu deck-up für Ihre Check-Up. Haha. Just kidding. Oh! Maybe bring your evokers in case you need to take any... shots? Ha! Yes! Das war's.